hallo und herzlich willkommen zum zweiten teil meiner tour östlich rund um köln hier geht es jetzt vom gut leidenhausen hier eingeblendet weiter in richtung süden und dann weiter zum rhein hier noch mal das gut gerade leidenhausen und jetzt geht es hier weiter richtung süden richtung grengel also zwischen urbach und grengel geht es dann hier weiter wir müssen aber zuvor noch die 59 überqueren die ist gerade hier voraus da gibt es dann hier einen schönen kleinen schleich weg unter führung würde ich mal so sagen und ja also nachts würde ich hier nicht gerne durchfahren höchstens mit voller pulle nicht so ganz so angenehm ja wie gesagt es geht jetzt hier weiter wirklich nur straks richtung süden zwischen grengel und urbach vorbei und dann an elsdorf vorbei und hier geht es dann schon wieder ein bisschen ins grün da war auch gerade leider eine hohe bordsteinkante das ist natürlich immer ein bisschen doof wenn da die bordsteine nicht abgesenkt sind denn da war jetzt auch kein schild dass man da nicht mit dem fahrrad hätte herfahren dürfen ja das piepen das kommt so von meinem neuen blinker den ich hinten dran habe den habe ich ja euch ja im ersten teil ganz am anfang vorgestellt das teil das ist finde ich ganz nützlich vor allen dingen ich denke mal jetzt hier war es ein bisschen bewölkt wie ihr seht am himmel dann wird man das glaube ich ganz gut sehen können hinten allerdings schätze ich mal wenn es wirklich knalli balli mitten im sommer richtig die sonne hell und knallig licht drauf kommt dann wird das wahrscheinlich nicht ganz so gut zu sehen sein ja ich denke mal hier das ist jetzt schon irgendwie elsdorf oder bei elsdorf und da geht es denn hier jetzt auch noch mal so ein bisserl durch die durch die ortschaften hier und leider auch noch mal hier ein stückchen neben der straße aber gott sei dank zumindestens ist das ein separater radweg das finde ich dann schon ganz gut ja auch hier separater radweg genau ja ich denke mal wenn ich das jetzt hier so parallel sehe auf meiner karte dann ist das jetzt hier voraus wirklich der ort oder die äußeren ausläufer von elsdorf aber wie man sieht hier biege ich jetzt irgendwie glaube ich auf die kleinen ortsteil sträßchen ein und leider da eine baustelle aber ihr seht ja ist ja nicht viel verkehr so jetzt geht es hier schnurstracks geradeaus richtung die hauptbahn magistrale bahnstrecke hier das ist hier die bahnstrecke da sind im norden der bahnhof köln ports und hier jetzt in die richtung wo ich fotografiere dass es die waren s bahn station da kommt auch gerade die s bahn ja und hier rechts in die station das ist köln ports da kommen dann die güterzüge ja eine sehr breite sehr viele einzelne bahn strecken gleise also das ist wohl sicher wirklich einer eine sehr stark befahrene hauptstrecke ja jetzt geht es hier weiter schnurstracks richtung zündorf und wie gesagt ich habe ja immer mein hauptbestreben ist ja so wenig straßen wie möglich ja der kollege der musste da ein bisschen ausweichen ich glaube der hat mich irgendwie nicht so richtig gesehen hat da hinten einen anhänger ob das jetzt ein hunde anhänger oder ein kinder anhänger war ich weiß es nicht ja hier ist dann auch die straßenbahn linie und hier war sie dann auch gerade direkt mal vorbei gekommen ja ich habe gerade mal nachgeschaut das ist die tram bahn linie 7 gewesen die hat dann auch in zündorf ihre endstation ja jetzt bin ich hier schon mitten in in zündorf und habe mich da so ein bisschen ein bisschen verfranst weil ich wie gesagt da nebenstraßen version gesucht habe um hier unten rauszukommen wo man dann unten direkt hier am rhein ist ich glaube das ist hier auch so ein bisschen ja wie soll man das sagen alt rhein also es ist hier ein bisschen breit der rhein und da sind auch noch stehende gewässer da gibt es eben so eine art insel wenn man so will aber das ist nicht wirklich eine insel also man kann da von hier aus drauf und übrigens kann man auch hier von zündorf schön übersetzen auf die andere seite vom rhein also das ist eine ganz gute geschichte von daher ja ich bin aber jetzt hier schon wie ihr sicher gesehen habt im video unterwegs richtung norden von zündorf werde ich jetzt also weiter in richtung norden fahren immer am rhein entlang und in zündorf habe ich auch die hälfte der ganzen strecke beim erreichen des örtchen erreicht also 30 kilometer die komplette tour ist 60 kilometer lang für manche ist das nix für mich ist das okay irgendwo radel ich ja meistens irgendwas zwischen 40 und 70 kilometer maximal das reicht mir dann auch aber gut ich habe jetzt letztens irgendwo in facebook gelesen da hat jemand 120 kilometer mit dem e-bike mit zwei akkus anscheinend geschafft ich weiß nicht ob ich 120 kilometer mir kommt es nicht darauf an wie viele kilometer es letztendlich sind ihr seht ja mir kommt es auf landschaft schöne gegend an wenig straße fahren ihr seht hier gleißende matte sonne die ist ja so ein bisschen hinter den wolken das sind für mich bilder wie gesagt mir geht es nicht darum jetzt hier kilometer abzureißen und ich bin der schnellste auf der welt und ich radel 150 kilometer das ist nicht meine intention ja wie gesagt mir geht es um spaß beim radeln sich bewegen bewegung tut gut macht gesund und wenn man dann auch noch schöne landschaft und schöne ausblicke und tolle radwege hat die mit wenig autoverkehr sind und noch nette leute trifft oder was schönes sehen kann hier übrigens zur linken ist ein campingplatz ich habe per text gerade eingeblendet was das ist für die leute die also mal am rhein lang fahren und eine übernachtungsmöglichkeit mit zelt suchen ja ich habe dann auch immer mal so ein bisschen hier die sachen unten per text eingeblendet um was es hier geht was man gerade mal so sieht hier eine einkehr möglichkeit da saßen jetzt allerdings nicht so viele leute draußen aber ich glaube geöffnet war es schon von daher alles gut ja wie gesagt ne landschaft sehr schön vor allen dingen was ich jetzt ganz gut fand um die jahreszeit war jetzt hier auch nicht so viel betrieb von daher ich radel oder beziehungsweise ich werde sage ich mal hier den kölner raum jetzt nicht so berateln wenn es denn hier so ab sage ich mal 22 25 grad aufwärts ist dann ist es hier sehr überlaufen ja hier elektrobusse fand ich auch ganz interessant weil in der stadt wo ich wohne hat man die auch mal getestet und die haben da oben am dach ein bügel und oder eine stange die koppelt sich dann oben mit dem stromabgeber ja hier übrigens links jetzt eine brücke eine bahnbrücke über den rhein da sind gerade das fand ich ganz interessant weil ich habe das nämlich mal gesehen und überlegt ob man nicht mal hin und wieder die rhein seite wechseln kann ich habe da nämlich dann auch im vorbeifradeln reingeguckt also man kann die links und rechts ist eine eisenbahnbrücke kann man mit dem rad drüber fahren leider ein problemchen man muss halt leider das rad die treppe hochtragen also sowohl auf dieser seite des reins wie auch auf der anderen seite ja jetzt hier noch eine historische wie ich finde ganz toll wahrscheinlich hat man das hier restauriert eine drehbrücke also nicht eine schwenkbrücke wie man die viel in den oder auch aus den niederlanden kennt sondern das ist eine brücke die wird gedreht und um dann hier schiffe rein fahren lassen zu können ja anscheinend ist es jetzt wohl hier für autofahrer und motorradfahrer gesperrt was mich als fahrradfahrer natürlich freut aber egal das muss man jede sache hat zwei seiten die einen ärgern sich die anderen freuen sich so ist das normal ja jetzt komme ich hier irgendwo zwischen den rheinbrücken wie man sieht scheint wohl dass hier gerade die vorbereitung zu sein für die anstehende osterkirmes hier zwischen den rheinbrücken und ja also wer vor hat das türchen hier zu radeln der weiß dann schon mal bescheid also hier zwischen der deutscher brücke und der severin brücke die die eisenbahn beziehungsweise eisenbahnbrücke war es glaube ich also da kann man dann die quatsch seewandsbrücke ist da ist keine eisenbahnbrücke ist eine straße also man kann es jetzt schlecht auseinander auf jeden fall die seewandsbrücke und die deutscher brücke also dazwischen findet dann die kirmes statt wo ist der kirmes ja hier der blick jetzt von der promenade aus auf den kölner dom da links daneben ist ja auch noch ein nettes kirchlein von der altstadt her und ja hier mal so ein bisschen kölner promenaden stimmung da das ja jetzt hier ein wochentag ist am 28 dritten war glaube ich ein dienstag ist natürlich jetzt hier nicht so viel los mir hat es natürlich gefallen zumal ich kein fan bin von rummel und trubel das muss ich jetzt so nicht unbedingt mehr haben von daher hat es mir sehr gut gefallen hier mal um die jahreszeit hier vorbeizufahren ich bin hier auch schon her gefahren da war dann richtig schön warm sommer und das macht nicht wirklich spaß also dann muss man um jeden fußgänger und man muss aufpassen und naja gut also meine mein ding meine sache ist es nicht ist als eben geschmackssache ja hier jetzt unter der eisenbahnbrücke der haupt magistrale die dann zum kölner dom führt und ja da oben dran auf der brücke schon fast eine sehenswürdigkeit natürlich ganz viele liebesschlösser die da an den zäunen befestigt sind ja ich denke mal irgendwann wird das vielleicht auch mal ein problem von den gewichten ja ich bin jetzt hier am tanz brunnen vorbei und hier jetzt durch ein parkartige halbinsel übrigens sind hier diese diese ara vögel oder wie man die nennt so papageien vögel artige ich komme jetzt nicht drauf wie die heißen ich habe die hier zwitschern gehört also wer die tour denn mal so fahren möchte oder will oder tut ich habe die auch fliegen gesehen aber ja wie gesagt das sind ja ich weiß jetzt nicht genau ob das so aus büchser sind oder oder entflogene von von privaten haltern entflogene vögel nachteil ist wenn man da schön da unten lang fährt man muss dann das rad hier den steilen hang hoch schieben weil das eben halt ja ja ich weiß nicht ob das hier eine art hafen ist ich glaube hier die brücke heißt katzenbuckel brückenpanorama und hier der blick eben in diesen ich nehme mal an das ist ein kleiner hafen ja mühlheimer hafen sehe ich gerade steht hier in komod dran ja da gibt es dann auch ein kaffee anker 7 heißt das hier auf der anderen seite auf die ich jetzt hier rüber fahr über diese diese brücke hier dieses brückenpanorama katzenbuckel oder wie auch immer die heißen das ja was mich jetzt so ein bisschen ja was ich jetzt vermisst habe war jetzt so ein bisschen was für die verpflegung auf dem weg direkt zu finden das fand ich auf der ähm auf der westlichen rundtour die ich gemacht habe das ist das video vor dieser kölner ostrunde was ich gemacht habe da gab es dann bei dem schokoladenmuseum eine richtig tolle pommesbude das habe ich jetzt so ein bisschen vermisst aber okay ich hatte ja ein bisschen zumindestens was für einen kaffee hatte ich mit ähm und von daher also verhungern musste ich nicht ähm gut wenn man jetzt hätte jetzt irgendwas speisen essen pommes ähm oder sonstige kaffee oder was weiß ich dann hätte man sicher da in köln deutsch da irgendwo mal so ein bisschen richtung deutsch innenstadt ähm radeln müssen wahrscheinlich nicht sehr weit vielleicht hat ja auch jemand mal einen tipp den kann er dann gerne mal in den kommentare reinschreiben ähm dann werde ich das bestimmt mal in anspruch nehmen oder mir anschauen bei einer meiner nächsten touren wie gesagt das ist für mich jetzt hier so eine tour die ich im herbst oder im frühjahr mache wie gesagt wegen den vielen leuten im sommer und dem tourismus da ist das mir alles ein bisschen zu überlaufen aber ihr seht ja das ist jetzt hier schön entspannt und äh ja ich ich persönlich fand das jetzt irgendwie sehr angenehm und relativ ruhig ja ja rheinufer mühlheim steht hier an kommut von daher geht es hier weiter Richtung Norden und hier in äh flitterter rheinauen da biege ich jetzt ab von der Route die ich Richtung Norden immer dem Rheinfluss abwärts gefolgt bin biege ich jetzt rechts in Richtung Osten ab und fahre jetzt hier ein Stück durch flittert und ja hier habe ich mir dann endlich kam ich mal an der Bäckerei direkt auf meinem Radweg vorbei ähm entlang und da habe ich mir dann mal eben meine Thermoskanne mit einem Kaffee ja Kaffee to go gegönnt weil ich hatte ja noch ein Muffin mit und äh eine Waffel und die wollte ich eigentlich dann noch futtern ja wie gesagt hier jetzt durch flittert ein Stückchen wie man sieht mal wieder ein aufgepinselter Radweg zumindestens Gott sei Dank auf beiden Seiten und ist immer nicht so ganz so angenehm wenn man dann auch noch von einem Bus überholt wird aber so Gott ja jetzt hier bin ich jetzt an der Düsseldorfer Straße das ist so eine ich weiß nicht ob das jetzt eine Bundesstraße ist aber wie auch immer zum Glück ähm musste ich die jetzt nur überqueren ich sag ja ich versuche immer irgendwie so zu radeln dass ich wenn denn dann nur kurze Stücke durch Ortschaften radeln muss weil ich bin da kein Fan von und äh ja gut das waren jetzt hier knapp zwei Kilometer durchflittert und jetzt bin ich auch schon hier wieder über die über die Bahnstrecke gefahren und 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 dann hier noch ein Stückchen an oder neben einer Landstraße aber aber ihr seht zumindest ein separater Radweg ja wobei ähm der war vorhin als Radweg ausgewiesen endete dann aber da etwas sehr eng mit den Stangen und aber okay alles gut gegangen so hier jetzt dann Stellwerkhäuschen war gerade zur linken äh das ist jetzt hier auch schon das Örtchen Dünnwald ähm da habe ich zum Glück nur ein ganz ganz kurzes Stück äh von knapp einem Kilometer und dann bin ich auch schon hier wieder im Dünnwald in dem wirklichen Wald nicht nur so wie der Ort oder der Ortsteil von Köln Dünnwald heißt sondern eben da gibt es diesen großen Wald ja und ich bin jetzt hier auch ich habe es jetzt vorgezogen weil der Wald war mir jetzt ein bisschen doch zu holprig hier direkt neben der Hauptstraße und der Straßenbahn zu fahren ja ich hoffe das Video hat euch gefallen ich bin jetzt gleich hier wieder an meinem Ausgangspunkt auf diesem P&R Parkplatz und sage mal winke winke vergesst nicht zu abonnieren bis zum nächsten Mal und tschüss